einen wunderschönen guten tag willkommen heute möchte ich euch zeigen wie man die aber media live gamer ultra gc553 einrichtet beziehungsweise in diesem fall zur streamlabs obs hinzufügt es handelt sich um die karte die seht ihr hier rechts und wie immer nach dem anschluss an ein system das habe ich jetzt schon mal gemacht das zeige ich noch mal separat an einen usb 3 port ein hdmi output auf einen monitor damit man es noch mal sehen kann dann einmal hat im in um die quelle entsprechend anzusteuern und der usbc port der karte ob wir hier das ganze da noch mal sehen der usbc port der karte geht dann halt entsprechend in den rechnern den genannten usb 3 port im streamlabs geht ihr dann hin und das streamlabs obs geht ihr dann hin und sagt hier neue source video capture device und sagt add source ich habe das ganze hier schon einmal hinzugefügt da ich sie ja schon aktiv nutze deswegen kann ich jetzt hier auswählen ansonsten setzt sich unten das häkchen sagt neue source also add new source instead gibt dem ding den namen in meinem fall heißt sie einfach live gamer ultra und sagt hinzufügen und schon haben wir die capture card am start ich lasse jetzt mal hier stehen wenn ihr zocken würdet würde diese normalerweise nach unten legen aber auch einfach stehen lassen so dann doppelklick für die settings interessant ist dass ihr das device immer wieder auswählen müsste es geht es steht immer im default auf dem ersten das immer ein bisschen nervig aber das ist schon fein das heißt wir wählen sie entsprechend aus dann sagen wir hier einmal custom settings das weiß bei mir auch vorausgewählt in meinem fall catch ich gebe aus auf full hd das reicht mir jetzt hier in diesem fall völlig ich könnte jetzt hier auch einfach sagen okay das ganze mal capture in 4k beziehungsweise 2k und da stehen einem letztendlich alle möglichkeiten zur verfügung mal wieder auf full hd zurück damit das hier ordentlich zu sehen ist also das könnt ihr anpassen entsprechend nach euren wünschen so dann output fps beziehungsweise fps nämlich normalerweise immer match output ihr könnt dann auch entsprechend was nehmen was zu eurem setup halt passt match output ist meistens ganz gute wahl videoformat nutze ich auch weiterhin hier mit der live gamer ultra das nv 12 oder space 709 mit full range denn damit ist es passt das auch von den filtern her finde ich auch mal am schönsten wenn man da etwas anpasst und dann kann man das ganze schon mit dann bestätigen hat seine capture hat entsprechend eingerichtet und bewegt sich halt hier das gute stück ist fast ohne delay also mit dem auge kann man das delay zwischen capture und ausgabe fast gar nicht mehr wahrnehmen ganz wenige situation wo man es mal bemerkt das heißt man kann wirklich selbst mit dem ton synchron direkt an der capture card spielen das ist extrem fein was ich jetzt immer noch mal machen sind ein paar filter hinzufügen und zwar das muss natürlich jeder für sich machen ich habe jetzt hier einfach mal ein color correction filter dann habe ich live gamer ultra default genannt weil es der ist mit dem ich dann entsprechend arbeite man sieht das jetzt im hintergrund er macht es ein bisschen klitz ein bisschen dunkler ich habe ein bisschen gamma rauf ist ein kontrast runter bisschen brightness runter und die sättigung um punkt 02 noch mal angehoben das muss aber wirklich jeder für sich wissen in diesem fall war ich mit diesen einstellungen wirklich sehr sehr gut von daher nutze ich die und dann wenn ich schon mal andere spiele habe vielleicht das auch ein tipp der interessant ist jetzt schon mal spiele wie division 2 die extrem dunkel sind dann kann man noch mal ein extra filter reinlegen mit der dann halt nur für spezielle spieltypen oder spezielle spiele ist und damit haben wir das gute stück entsprechend eingerichtet also noch mal zur verdeutlichung das hier ist der hdmi import hier schließt ihr also entsprechend eure quelle an in meinem fall ist es jetzt der pc heißt von der displayport rein wir hdmi hier in die live gamer ultra dann der output zu meinem monitor damit ich halt den monitor auch noch sehe und der usb c port der entsprechend auf ein usb 3 port auf meinem rechner geht und jetzt sieht man das hier auch ganz gut hier die led ist blau das ist sie bei mir jetzt auch das heißt quelle ist angeschlossen wird erkannt hat ein signal ein fehler der mir ein paar mal passiert ist wenn der port wenn man den port nicht richtig belegt hat respektive den usb stecker nicht richtig drin hat blinkt der schon mal grün das heißt der flash grün das bedeutet dass man halt dass die karte nicht an einem usb 3 port angeschlossen hat ob schon das ja bei mir der fall war das passiert mir ab und an immer mal wieder das kontrolliert immer mal wieder dann ist der usb stecker einfach nicht richtig eingesteckt dann wird da irgendwie nur usb 2 erkannt man kriegt ein bild aber kein sound und der weigert sich einfach hier weiter was darzustellen von daher immer ordentlich einstecken an den usb 3 port und das gängigste problem wird sein dass man kein usb 3 port nimmt und dann blinkt das ganze hier grün das werde ich noch mal in einem separaten video festhalten das aber war dann quasi kurz und knapp die einrichtung der aber media live gamer ultra jetzt kann man das wieder ausmachen dann sind wir wieder bei unserem system hier haben das ganze entsprechend konfiguriert und grundsätzlich habe ich euch meinen filter gezeigt mit dem ich jetzt immer arbeite um dort zu zocken und wie ich jetzt eben gesagt hatte man kann halt die auflösung komplett an sich anpassen in meinem fall habe ich jetzt für das beispiel damit ihr ordentlich reinpasst auf 1920 x 1080 gelassen was für mich für den stream absolut ausreichend ist von daher ist das in ordnung ansonsten würde ich sagen vielen dank fürs reinschauen zuschauen bis zum nächsten mal fragen einfach entsprechend hinterlegen beziehungsweise auch gerne als kommentar zum test der auf gametame.net erscheint bis zum nächsten mal